Ja, hallo und da sind wir wieder zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind ja immer noch hier im Schattentempel. Oh, da ist mal was. Warten, bis da drauf gehört hat. Da ist mal was. So, wollen wir uns das auch mal angucken, ey, hier verfolgt mir was. So, auch wieder geschlossen. Okay, dann kannst du eine Bombe reinschmeißen. Machen wir mal. Wir haben eine Truhe. Okay, ich hoffe, dass wir es heute schaffen, den Dungeon abzuschließen. Machen wir schon mal einen Schlüssel. Oh, ne. Dann machen wir die erstmal platt hier. Ich hab gesagt, wir schwimmen. Ja, komm, komm, weg. Aua. Ja, komm, her. Oh, schon kaputt. Und wir kriegen eine Truhe. Wieder eine kleine. Oh, die Biene brauchen wir nicht. So, öffnen. Als wohl, das kriegen wir trotzdem von vorhin, ne? Oh, Mucke. So, rein da. Komm. Oh, da muss da hinten drauf. Oh, da muss da hinten drauf. So, wir gucken erst mal, vielleicht ist da was hinter. Aha. Ich muss mich erst mal hoch. Das ist natürlich alles erforschen. Wer weiß, vielleicht versteckt sich ja hier sogar noch eine Skulltula. Also, noch mal hoch. Oh, da muss ich noch mal hoch machen. Oh, da muss ich noch mal hoch machen. Ah, in dem Raum waren wir schon. Das heißt, wir haben uns den ganzen Weg gespart. Okay. Nein. Warum ist der jetzt auf einmal hier? Wir sehen uns gleich unten wieder. So, da sind wir wieder. Soll ich selbst mal hier anlegen. Mir ist ja auch aufgefallen, jetzt gerade eben, dass wir eigentlich an sich da gar nicht vorher runter konnten, sondern wir hätten da festgesteckt. Also, war das alles schon richtig? Das hier, keine Ahnung. Das ist aus wie ein Schiff, oder? Würde man sagen. Das ist aus wie ein Schiff. Aber das müssen wir jetzt erst mal schieben, schieben, schieben. Ich hoffe, wir kriegen ihn heute noch fertig. Den Schattentempel. Dann fehlt uns nur noch ein Amulett. Und dann winkt uns mal Gannon. Dorf. Und dann ist hoffentlich Erwin dann ganz die alte Stadt wie vorher auch. Jetzt gucken wir jetzt mal, ob hier irgendwas ist. Gucken, Skulptur da. Da liegen nur ein paar Herzen. Da ist auch noch eine. Okay. War ich doch nicht blind? Wir müssen doch einmal kurz da hoch. War die jetzt oben, oder war die oben? Ja, aber sag mal, wie kommt man an die dran? Die Skulptur will ich ja schon gerne haben. Ja, mal abwarten. Ich muss noch was spielen. Oh Gott. Ich hoffe, ich komme ins Menü. Ansonsten hat kein Problem. Also, Safe-Set erstellen. Und dann Daumen drücken. Nein, wir kommen nicht ins Menü. Jetzt habe ich ein Megaproblem. Ich komme auch wahrscheinlich hier drauf nicht ins Menü. So. Problem behoben. Ich kann jetzt hier schön freilich ins Menü. Warum? Ich hatte den Emulator gewechselt. Ich bin auch in ältere Version gegangen. Weil der neuere, keine Ahnung, hat voll Schaden oder keine Ahnung. Der spinnt auf jeden Fall komplett. Ja, das Einzige, was ich halt nochmal eben schnell machen musste, war der komplette Tempel nochmal neu. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also, so wie es momentan aussieht, würde ich es erstmal auf Nein tippen. Hier gibt es zum Beispiel, der Bossraum ist nicht mehr weit weg. Aber da haben wir noch da noch was, da noch was, da noch was. Wir haben noch eine Skulltour hier. Ich weiß nicht, wie viele wir vorher hatten. Das weiß ich leider nicht mehr, aber 59, ja, 15 Herzen, müsste stimmen. Wir haben an sich eigentlich auch alles, die drei Flaschen. Aber da kommt glaube ich noch eine vierte. Dann haben wir das hier noch, dann haben wir die Maske des Wissens ist da, ist eigentlich alles da. Das hat eigentlich nichts gefehlt. Also tippe ich einfach mal, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe auch wieder drei Skulltouros eingesammelt. Ich glaube, wir hatten vorher nur drei eingesammelt. Äh, ja. Aber jetzt können wir wenigstens endlich in Ruhe spielen, ohne aufs Menü zu achten. Weil das ging mir echt schon auf den Zeiger, ey. Ihr könnt doch mir ruhig glauben, ey, das ging einem auf den Sack. Ja, ich werde auch diesen Emulator behalten, ich werde keinen anderen mehr nutzen. Das kriege ich ja noch nicht. Das kriege ich noch die Motten hier. Alles können wir endlich schön ins Menü. Ja, werden wir auf jeden Fall werden wir heute diesen Schattentempel abschließen. Aber da oben die Skulltoura, die wollen wir haben. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir da drankommen. Wir müssen ja hier spielen, damit sich das Schiff ja bewegt, ne? So, konnte man sich ja denken, dass das Zeldas Regenlied sein muss. Und da ist es, das Geisterschiff bewegt sich. Ja, stopp. Hallo? Was ist mit der Skulltoura? Warum ist der weg hier? Noch einer. Nur noch 5,5-Herze-Technik haben auch. Wir haben nicht eine Fee. Okay. eine Fee. Okay. 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 Dreieinhalb, zweieinhalb Herzen noch. Ja, geil, wir haben nur noch ein halbes Herz. Kannst du mir mal sagen, wie ich dann da bitte an die School-Tooler kommen soll? Das Schiff sauft doch danach ab. Hä, das, das gehe ich vorher eben an, also die School-Tooler, wie ich schon habe. Und dann müssen wir uns wirklich anstrengen. Ein halbes Herz. Äh, ja. 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 Ja, irgendwie muss das doch hier gehen. Das war's für heute. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine gute Frage, ne? Ich lege mir vorsichtig aber immer ein Safeset an. Sieht jetzt auch anders aus, als ich jetzt nicht mal ganz oben. Äh, ne? Ich habe... Ich, ich, ich... Wo soll man denn da hinkommen? Das Ding fängt sich sofort an zu bewegen und das ist Kacke. Oder reicht der? Der reicht, Tatsache. Ich brauche den gar nicht. Na, toll. Ja, egal. So, die Scootator haben wir dann auch. Dann kommt jetzt direkt noch ein Safeset, weil jetzt müssen wir uns wirklich konzentrieren. Ich darf nicht einen Schaden bekommen. Dann sind wir nämlich tot. Wir haben nur ein halbes Herz. Freut mich total. Achso, muss ja da draufstehen. Ach, ne. Okay. Das machen wir uns selber schwer, weil wir keine Herzen mehr haben. Aber jetzt können wir wenigstens in Ruhe Fäden fahren, falls es hier irgendwo Fäden gibt, weil weiter ist es nicht mehr. Und so scheiß Regie. Also die, die Typen, die ich jetzt hier in dem Park noch alle machen. Es ist noch nicht in Ruhe Fäden. Er darf mich nicht treffen. Einen noch. Und da trifft er mich. Das gibt's nicht. Obwohl ich Schild hatte. Okay. Ja, kacke. Das ist jetzt mehr als schwer. Die Herzen komme ich, glaube ich, gar nicht dran. Egal, die Skulltola haben wir. Das ist jetzt unsere 60ste. Insgesamt gibt's ja, glaube ich, 100. Das heißt, wir haben 40 fehlen uns noch. Wo ich die aufgabeln soll, frage ich mich ohne Scheiß. Das frage ich mich so wirklich. Was ich jetzt auch mal eben mache, ist das Safe-Set, damit wir immer schön fahren hier. Aber erst, nachdem ich die neuen, normalen Schuhe angezogen habe. Ich will nämlich normale Schuhe anziehen. Die Gleitstiefel mal weg. So, und jetzt genau hier ein Safe-Set. Okay, ich darf auf jeden Fall auch nicht zu nah dran. Also, das wird jetzt... Scheiße. Drei. Vier. Oh, Mann, oh. Fünfte, erstes down. Wie unfair war das denn? Wie unfair war das denn? Alter Schwede. Ja, nee, ist klar. Drei. Vier. Das war's für heute. Nein, ich hab die Deckung vernachlässigt. Nein. Oh, das gibt's nicht. Voll fail jetzt hier. Oh, das geht's. Oh, das geht's. Okay. Haben's geschafft. Angekommen. Jawohl. Okay, das Schiff singt. Spring ab. Was will ich mit Pfeile? Mit Projärzen. So, jetzt kriegen wir die erstmal fatten Saves mit an. Puh. Alter Schwede. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Okay. Okay.